Guten Tag, ich bin der Dancer. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video über das Spiel Clash of Clans. Heute mit dem besonderen Thema Life-Clan-Warumgriffe. Und zwar geht es gegen den Clan United Kingdom 7. Ihr seht schon, das ist ein Level-10-Clan und wir sind ein Level-9-Clan. Das ist ziemlich auf Augenhöhe. Wir haben momentan eine Siegesserie von 10 und ja, das ganze spiegelt sich dementsprechend auch in der Suche wieder. Ihr seht ihr schon, wir haben sowohl in unserer Beschreibung als auch die Gegner in ihre geschrieben, dass wir dem gegnerischen Clan Glück wünschen. Da sieht man auf jeden Fall, dass das auf Augenhöhe ist und dass man den anderen Clan respektiert, das finde ich spitzenmäßig sowas. Im Gesamten sind es sieben Angriffe, die ich euch zeige. Sowohl von uns als auch von den Gegnern und damit das Video nicht zu lang wird, sondern schön kurz ist, habe ich die Angriffe am Gegenende auch mal ein bisschen die Geschwindigkeit erhöht. Ja und dementsprechend wünsche ich euch natürlich eine ganze Menge Spaß beim Zuschauen jetzt gleich. Es sind eine Menge GOAG-Angriffe mit dabei und Attacken mit Walküren, vor allem gegen Rathaus 9 mit den Schweinereitern und gegen Rathaus 10 mit den Walküren. Dementsprechend jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Bis Das war's für heute. 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 Das war's für heute.